Servus, Schubo von der Gaming Academy hier. Einige von euch hatten uns ja nach dem letzten League-für-Anfänger-Video gefragt, könnt ihr denn auch ein Jungle-für-Anfänger-Video machen? Wir würden ganz gerne wissen, wie jungelt man denn jetzt eigentlich? Kann ich gerne machen. Dazu schauen wir uns dann heute an, was sind die Voraussetzungen für euch, um erfolgreich zu sein? Welche Champions solltet ihr spielen? Wo schaut ihr nach hohen Seiten, also auf welcher Webseite? Was ist Jungle-Parfing und wie parft man überhaupt richtig? Wie gankt ihr? Wo gankt ihr? Wann gankt ihr? Wann nehmt ihr Drake? Wann nehmt ihr Herald? Was für Timer gibt es da? Und dann gebe ich euch noch ein paar Tipps für die Solo-Cure mit, zum Beispiel den Chat zu deaktivieren. Dann schauen wir uns mal direkt die Voraussetzungen an. Was braucht ihr denn grundsätzlich so menschlich, um League-als-Jungler zu spielen? Naja, ihr braucht halt ne dicke Haut, ne? League of Legends ist nicht immer das netteste Spiel und oftmals auch ein bisschen sehr Jungle-Blaming-mäßig unterwegs. Also es ist schon relativ oft, dass halt, keine Ahnung, euer AD-Carry stirbt und dann sagt er halt, ja, Jungle-Diff. So, weil der Gegner-Jungle war da und du nicht, obwohl du gar keinen Fehler gemacht hast, wird er sagen, du bist dran schuld. Darauf stellt, müsst ihr euch halt einstellen, dass ihr halt für random Dinge einfach geblamed werdet. Dementsprechend braucht ihr wirklich ein dickes Fail, um Jungle zu spielen in Doll. Dann noch ne andere Sache, ihr braucht Map-Awareness. Map-Awareness ist das A und O, wenn ihr jungelt. Ihr müsst immer rumschauen können, ah, was passiert gerade auf Top-Lane? Ah, was passiert gerade auf Bot-Lane? Das müsst ihr wissen, das müsst ihr im Blick haben, damit ihr wisst, wann kann ich denn da überhaupt ganken, ne? Aber das sind ganz wichtige Voraussetzungen, die ihr als Jungler erstmal mitbringen müsst, bevor ihr anfangt, euch zu überlegen, ob ihr junglen wollt. So, welche Jungler sollt ihr denn jetzt nun spielen, ist ja die Frage. Also, es gibt Diana zum Beispiel, super, super Anfängerfreundlich, wenn man auch jetzt im Video hier sieht, die Dropzug wie gar nicht low im Jungle. Das ist super entspannt, die kommt super schnell durch und hat einfach auch ab Level 6 ein Teamfight-Potential, was ihr nutzen könnt. Ihr habt tolles Gang-Setup mit ihr, weil sie ja ranspringen kann, ulten kann und so weiter, macht super viel Damage, macht super viel Spaß, scalt auch gut. Also, Diana ist eine super tolle AP-Variante, wenn ihr junglen wollt. Dann hätte ich noch Xin, das ist auch ein super, super Jungler, ist sehr einfach zu spielen, hat extrem starke Mechanics, wie seine Ult, die nur einen kleinen Kreis um ihn herum erlaubt, ihn anzugreifen. Gleichzeitig habt ihr auch mit Xin den Vorteil, dass ihr Early einfach alles machen könnt. Xin ist so stark Early und er droppt auch nicht wirklich low im Jungle und ist auch sehr schnell im Jungle. Dementsprechend, das ist auch ein sehr Anfängerfreundlicher Jungle. Ebenfalls Nocturne oder Wully Bear sind auch gut im Ganken, kommen auch gut durch den Jungle durch und sind momentan auch super in der Meta. Also, die vier Champions, so für den Anfang, würde ich euch auf jeden Fall nahe legen. So, Leute, dann auf die Frage, naja, wo schaue ich denn jetzt nach, welche Runen, welche Masteries, welche Builds, welche Skill-Reihenfolge und so weiter. UGG, Freunde. Das ist eine tolle Seite, da könnt ihr nämlich einstellen, ah, diese Elo, ah, Ranked, Aram oder Flex oder was auch immer. Der Patch und ja, ich spiele jetzt in EOW oder ich spiele in NA oder ihr wollt ja einfach nur generell, was so auf der Welt gespielt wird. Einfach sehen, das sind dann alle Regionen zusammen. Da seht ihr dann, auf 1400 Games haben Leute meistens Conqueror genommen und so weiter und so fort. Da seht ihr dann, auf 1500 Games, momentan auf dem neuesten Patch, haben die Leute das und das geskillt. Das war ein schlechtes Matchup für die. Das haben die Leute gebaut. Das heißt, ihr seht auf einem relativ schnellen Blick, okay, das baue ich jetzt in dem Game und das wird in den meisten Fällen auch funktionieren. Das ist für euch, glaube ich, die wichtigste Information. Dann gibt es auch noch Pro Bills, die ist aber ein bisschen spezieller, weil dann seht ihr zum Beispiel in einem High-Challenger-Game, was Jankos gebaut hat, was Jankos geskillt hat, was Jankos an Runen und Masters dabei hatte. Das Problem, was aber dabei ist, ist es kein statistischer Wert. Das war dann auf dieses Game bezogen. Es kann sein, dass es in diesem Game gut war. Es kann aber sein, dass es in eurem Game dann schlecht ist, weil das ist ein anderes Matchup, das sind andere Spieler, das ist eine andere Elo und so weiter und so fort. Dementsprechend würde ich euch lieber UGG erstmal anlegen. Wenn ihr ganz speziell nachschauen wollt, könnt ihr auf Pro Bills auch gehen, aber UGG ist, glaube ich, eher the way to go für euch, erstmal für den Anfang. So, ganz, ganz, ganz kurz, Leute, bevor wir mit Jungle Puffing anfangen, nochmal kurz diese kleine 30-sekündige Theoriestunde. Also, passt auf, ich habe euch hier eine Karte aufgezeichnet. Wann war es spawned? Wo war es spawned? Wie die ganzen Sachen heißen? Grumps, Blue Buff, Wolves, Scattercrap, Harald Baron, whatever, ne? So, dass ihr das einfach mal alles im Überblick habt. Die Karte könnt ihr euch auch runterladen in der Videobeschreibung. Genau, jetzt geht es zu Jungle Puffing. Viel Spaß! Was ist Jungle Puffing überhaupt? Also, Jungle Puffing ist nichts anderes als von A nach B im Jungle Monster kaputt zu machen, sage ich mal. Ihr killt den Blue Buff, ihr killt den Grump, ihr killt Wölfe, Chickens, into Red Buff, into Grumps. Dann geht ihr zur Scattercrap, die bei 3 Minuten 15 spawnt. Das ist ein Jungle Puffing. Ihr habt einen Full Clear gepufft. Das ist Jungle Puffing, okay? Das ist eine Jungle Route, die ihr sozusagen genommen habt. Ihr habt die Full Clear Route genommen, so. Es gibt noch eine andere Route, die momentan Meta ist, die auch schon immer eigentlich Meta war. Das ist ein 3-Camp Clear. Da tötet ihr 3 Camps. Das ist einmal hier der Blue Buff, Grump und dann geht ihr into Red. Und dann gankt ihr irgendwo. Entweder Bot oder Mitte. Je nachdem, wenn ihr jetzt von unten angefangen hättet, dann würdet ihr Red Buff into Blue Buff und Grump machen. Und dann würdet ihr hierfür einen Gang gucken. Warum gibt es diese zwei Varianten? Naja, der Punkt ist, Diana zum Beispiel, jetzt in dem Beispiel, die ist eine Jungle, die will eher Full Clear, weil die auf Level 6 stark wird, auf Level 6 viel ganken kann und so. Und zum Beispiel einen Xyn, den wir ja auch als Beispiel Champion haben, ist, der ist im Early sehr, sehr stark. Der braucht nicht Level 6 unbedingt, um viel in dem Game machen zu können. Und dementsprechend könnte der sich auch sagen, du, ich starte jetzt hier Blue Side, mache hier den Blue Buff, mache jetzt hier den Grump, gehe dann direkt zum Red Buff und laufe direkt zur Bot-Lane. Dann ist er so bei 2.45 ungefähr Bot-Lane und schaut nochmal für einen Early-Gang. Warum? Naja, er hat hier auf die Bot-Lane geguckt und hat gesehen, oh wow, das ist Leona Draven. Das ist eine total explosive Lane. Leona ist CC himself. Das ist eine super Situation für euch, um dann Early zu ganken. Diana macht es eher weniger, weil Diana ist halt kein Jungle, die jetzt unbedingt so Early viel machen kann. Ihr wollt immer bei den Buffs anfangen, ob das jetzt Red oder Blue Buff ist, weil die halt euch einen Buff geben. Blue Buff gibt euch Cooldown Reduction und es gibt euch Mana und Energie Regeneration. Red Buff gibt euch halt einen Zusatz Damage und einen Slow, wenn ihr Creeps oder einen Gegner angreift. Dementsprechend sind diese Buffs für euch im Jungle die wichtigsten Objekte eigentlich. Danach kommt die Scatel Crab, danach der Rest des Jungles eigentlich. Also die Diana pufft sich jetzt hier zum Beispiel durch. Ihr seht auch zum Beispiel eine Sache, die sie schon macht. Sie kitet die ganze Zeit den Blue Buff in die Richtung des nächsten Camps. Das macht sie um zeiteffizient zu junglen. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Jungle ist zeiteffizienz pur. Ihr wollt so schnell wie möglich durch den Jungle kommen, so schnell wie möglich Scatel Crab contesten können und so schnell wie möglich backgehen können, damit ihr so schnell wie möglich wieder auf der Karte seid, um so viel wie möglich Impact zu haben. Weil als Jungle habt ihr eine Impact-Rolle. Ihr wollt ganz viel eurem Team helfen. Ihr wollt ganz viel machen auf der Karte und dementsprechend müsst ihr sehr effizient sein. Okay, das ist ganz, ganz A und O im Jungle. Eine Sache, die noch wichtig zu beachten ist. Ihr seht hier, sie droppt ja relativ low am Grump. Das ist kein Problem. Ihr werdet vom Grump gehealt. Das ist sehr, sehr cool. Sie macht jetzt hier die Wölfe. Danach macht sie die Chickens. Eine wichtige Sache bei den Chickens vielleicht noch. Sie ist jetzt Diana auf Level 3. Deswegen droppt sie nicht wirklich low. Normalerweise ist es so, im Jungle hittet man als Jungler jedes einzelne Jungle Monster einmal an, damit man Omni-Vamp von denen bekommt, was nämlich dieses Item hier macht. Kommen wir nämlich jetzt dann zu dem Item. Es gibt das rote Jungle Item und es gibt das blaue Jungle Item. Das rote Jungle Item und das blaue Jungle Item unterscheiden sich jetzt im Jungle erstmal. Nicht beim Wie man gankt, erkläre ich dann, wo die sich unterscheiden. Aber das Wichtige für euch zu wissen, es gibt euch Omni-Vamp, wenn ihr Jungle Monster angreift. Diana kitet jetzt sie durch. Die macht jetzt den Red Buff. So. Und ihr seht, sie kitet schon die ganze Zeit immer in die Richtung des nächsten Camps. Ganz, ganz wichtig. Merkt euch das. Das ist super, super, super wichtig. Ihr spart dadurch ein paar Sekunden. Guck mal, sie ist jetzt bei 3,21 fertig mit dem kompletten Clear. Wenn sie nicht gekitet hätte, wäre sie hier erst bei 3 Minuten 35 oder sowas. Und das ist ganz, ganz wichtige Zeit, die ihr bekommt. Nämlich, sie ist jetzt früher an der Scattered Crab als Dairanga. Und das Team moved auch mit, weil die haben hier gerade Pryo unten. Und deswegen kann sie die Scattered Crab bekommen. Wenn sie jetzt hier ganz, ganz langsam gewesen wäre, weil sie nicht gekitet hätte, dann wäre sie vielleicht zu spät hier gewesen. Dairanga hätte einfach die Scattered Crab bekommen. Und das ist immer super schade als Jungle. Ihr wollt die Scattered Crab haben. Die ist total geil. Okay. Okay, eine Sache habe ich noch ganz kurz vergessen, sorry. Wenn ihr keine Ahnung von Matchups habt, also ganz, ganz neu in LoL seid und einfach Jungle lernen wollt, dann wisst ihr ja zum Beispiel nicht, oh, die Botlane hier, Draven, Leona ist total explosive lane, da wollt ihr unbedingt ganken. Wenn ihr das alles nicht wisst, dann gankt einfach immer Botlane. Botlane, 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 Botlane. Weil, wenn ihr Botlane gankt und erfolgreich seid, sind drei Leute in eurem Team gefeedet. So Leute, jetzt kommt ein wichtiger Punkt. Und zwar, wie gankt man, wo gankt man, wann gankt man, wen gankt man, warum gankt man. Wir gucken uns erstmal einen wichtigen Punkt an. Und zwar das, was jetzt gerade bei Dairanga passiert ist. Das habe ich ja vorhin schon erklärt. Wenn ihr fünfmal smited, aktiviert sich sozusagen euer Smite. Wenn man jetzt auch schaut, diese Aktivierung ist jetzt durch, so. Das Smite ist jetzt rot geworden, weil sie Red Smite hat. Sie hatte diese rote Sichel da, sie hatte dieses rote Dolchmesser, hatte sie im Inventar am Anfang gekauft. Jetzt hat sie fünfmal gesmited und jetzt hat sich dieses Item in dieses Smite verwandelt, okay. So, und dieses Smite macht jetzt folgendes. Ihr macht 900 Damage erstmal damit, das würde auch das blaue Smite machen. So, das rote Smite unterscheidet sich im blauen Smite dadurch, dass wenn ihr einen Gegner-Champion smited, macht der euch weniger Schaden. Und ihr macht, sage ich mal einfach formuliert, mehr Schaden an dem Gegner. Das heißt, es ist ein Smite für, wenn ihr euch viel duellieren wollt. Blue Smite hingegen, wenn ihr damit fünfmal gesmited habt, dann ist das Smite hier blau. Dieses Smite ist wichtig für Jungler, die zum Beispiel keinen eigenen CC haben. Weil, wenn ihr mit Blue Smite jemand smited, dann slowt ihr die Person. Total wichtig, zum Beispiel Amomo geht Blue Smite. Es ist nicht so einfach, die Q zu hitten. Dementsprechend geht der meistens Blue Smite, um dann den Gegner zu slowen mit dem Smite, um dann die Q zu treffen, um dann die Ult zu machen und dann ist der Gegner tot. Zum wichtigen Part, wie gankt man, wo gankt man und so weiter. Also erstmal zu wie gankt man. Wenn jetzt hier diese Situation ist, ihr seid jetzt die Diana und ihr steht hier. Dann könnte man jetzt denken, oh der walkt ja total ab, total cool, den gank ich jetzt. So, warum wäre das jetzt hier eine schlechte Situation zu ganken? Naja, die Qiana muss diese Minion Wave hier annehmen, so und das sind drei Mini Minions und vier Ranged Minions. Wenn die alle weg sind und ihr ganken würdet, dann ist es so, als würde sie nicht wirklich was bekommen, weil sie verliert diese komplette Wave hier. Das ist Kacke für sie. Ihr müsst immer, wenn ihr gankt, müsst ihr gucken, wie groß ist die Wave von eurem Laner. Es kann nämlich sein, wenn die Wave jetzt viel größer wäre, würdet ihr den Laner komplett grieven, wenn ihr den ganken würdet, weil er viel mehr bei der Wave verliert, als er beim Kill, selbst wenn der Gank erfolgreich ist, bekommen würde. Und jetzt müsst ihr euch überlegen, zum Beispiel, jetzt wäre immer noch eine gute Situation. Rumble ist immer noch komplett overstepped. Also ich meine, sein Tower ist ja hier hinten. So, und jetzt, wie gankt ihr? Naja, ihr seht diese Situation. Und ihr wärt jetzt die Diana. Und die wäre jetzt hier. Dann würdet ihr einfach von hier drauflaufen, hier hinten rein und der Rumble müsste 100% flashen. Vielleicht würde er auch sterben, je nachdem, die Qiana spielt einen Flash Ignite, das kann durchaus passieren. Das ist eine Situation, wo ihr ganken wollt. Ich hoffe, ihr habt den Drill so ein bisschen verstanden. Ihr wollt meistens von hinten kommen. Dementsprechend ist es für euch auch wichtig, dass ihr Sweeper habt. Das ist das hier. Oder ein Counterward. Ihr wollt eigentlich immer ein Counterward dabei haben, dass ihr immer einen Gank vorbereiten könnt. Okay, das ist ganz wichtig. Eine andere Goldregel noch. Gankt Teammates, die ahead sind. Fallt nicht darauf rein, dass ihr denkt, ihr müsst Teammates helfen, die behind sind. Das ist ganz schlecht, weil wenn ihr Teammates gankt, die behind sind, geht ihr das Risiko ein, dass euer Gang fehlschlägt, weil die ja behind sind. Das heißt, ihr müsst viel besser spielen, dass der Gang funktioniert. Wenn ihr die Person ganken würdet, die ihr ahead ist, ist die Erfolgschance viel höher und dann ist auch die Erfolgschance für das Game höher, weil ihr habt mehr Effizienz umgesetzt. Wenn er mit einer schlechteren Wahrscheinlichkeit funktioniert, ist es schlecht für euch, weil dann ist es viel wahrscheinlicher, dass ihr Zeit gewastet habt. Und als Jungler wollt ihr nie Zeit wasten. Ihr wollt immer effizient bleiben. Noch eine andere Regel, die ich ja auch genannt hatte, wenn ihr keine Ahnung vom Matchabs habt, keine Ahnung vom Gain habt, ganz neu im Game drin seid, gankt einfach Botlane. Ein anderes Indiz wäre auch noch, zum Beispiel, warum man hier auch noch Botlane unbedingt ganken will, ist, das ist eine Draven Leona Lane. Was macht die so besonders? Leona hat ganz, ganz, ganz viel CC. Champions mit viel CC wollt ihr als Jungler ganken. Das ist total geil für euch, weil dann kommen die Gegner meistens nicht weg. Ihr kriegt einen Kill, die Erfolgschance ist wieder höher. Also ihr seht, es geht immer wieder darauf hinaus, Erfolgschance, Erfolgschance, Erfolgschance. Dann noch eine goldene Regel, bitte, pingt, bevor ihr gankt. Sonst passiert es ganz oft, dass ihr zum Beispiel hier hinlaufen würdet, dann würdet ihr den Rumble angreifen und die Kerner checkt gar nichts, weil die nur auf die Minions guckt. Und dann flamest du sie am Ende, dass sie nicht gekommen ist, aber eigentlich hast du nicht gepinkt und, ja, pingt, bevor ihr gankt. So, dann gucken wir uns noch den Part an, Harrod oder Drake. Wann Harrod, wann Drake. Also, zuerst mal kann man sagen, meistens lohnt sich Harrod immer über Drake, wenn das in den ersten 14 Minuten ist. Warum? Wenn ihr, das habe ich ja im League für Anfänger gesagt, jeder Tower, sieht man hier ja auch gerade ganz gut, hat Stacks. Der Harrod haut die voll weg. Das heißt, wenn ihr Early Harrod bekommt, also vor Minute 14, nach Minute 14 sind die Stacks ja weg, dann könnt ihr den Tower extrem damagen, kriegt super viel Gold. Und auch die Person, die dabei steht. Ob das total nice für euch ist, dann seid ihr total ahead. Im besten Fall kriegt ihr sogar den ganzen Tower. Und deswegen ist Harrod vor Minute 14 eigentlich immer besser als Drake. Nach Minute 14 könntet ihr schauen, dass ihr euch eher auf Drake fokussiert, je nachdem, wie skalierend euer Team ist, dass ihr da dann auch die Drakes langsam reinkriegt, um dann irgendwann sehr stark dazustehen und das Spiel schließen zu können. Das Ding ist nämlich folgendes. Jetzt könnte man sagen, ja, aber die Gegner kriegen doch zwei Drakes in der Zeit. Ja, aber was bringt denen die zwei Drakes, wenn deren Toplane oder deren Midlane gar nicht mehr existiert, weil ihr da den Harrod gesetzt habt, die Tower weg ist? Das macht viel mehr Impact. Ihr kriegt viel, viel, viel mehr Geld durch den Harrod als durch zwei Early Drakes. Okay, Leute, eine letzte Sache. Die Solo-Cue-Tipps. Also, Tipp 1. Mutet alles. Slash mute all. Und macht euer Ding. Fokussiert euch auf euer Gameplay. Ihr wollt ganken, ihr pingt, ihr gankt. Ihr guckt nicht auf den Chat. Nichts. Das ist der oberste Tipp. Macht den verdammten Chat aus. Weil in LoL wird es so sein. Die Laner sterben, ist es eure Schuld. Der Drake ist verloren, ist es eure Schuld. Das Spiel ist verloren, ist es eure Schuld. Dann der nächste Tipp. Cross-Map-Plays. Beachtet Cross-Map-Plays. Wenn ihr Harrod macht, was macht dann der Gegner-Jungle zum Beispiel? Macht der dann auch Harrod? Geht ja nicht. Du bist ja schon dran. Also, entweder hat er zwei Möglichkeiten. Entweder fightet er dich am Harrod oder er macht ein Cross-Map-Play. Cross-Map-Play wäre, wenn Harrod und Drake gleichzeitig ab sind, beißt er in den sauren Apfel, aber sagt, okay, ich mache wenigstens irgendwas. Ich mache den Drachen. Oder sagt, ich gehe ganken oder sowas. Wenn der Jungle aber nichts macht und einfach nur zuschaut, während es ein Harrod macht, das ist das Allerschlimmste. Wir kommen wieder zum Thema zurück. Zeit wasten. Es ist einfach Effizienzverlust. Überlegt immer, oh Mist, da passiert jetzt was? Was kann ich tun? Bleibt effizient im Jungle. Jungle, pure Effizienz. Die Minimap ist euer bester Freund. Schaut immer mal wieder auf die Lanes-Stands. So, wie steht es denn hier auf der Lane? Wie steht es denn auf der Midlane? Wie steht es denn auf der Botlane? Das sind ganz, ganz wichtige Sachen. Ihr müsst immer wieder auf die Minimap gucken, damit ihr wisst, was im Spiel passiert, damit ihr wisst, was ihr tun müsst. Wenn ihr nicht auf die Minimap guckt, wenn ihr nicht in das Spiel, also die Map-Abranis habt, dann wisst ihr auch nicht, was im Spiel passiert. Und dann seid ihr ein schlechter Jungle, weil dann seid ihr nicht effizient. Weil dann wisst ihr ja nicht, was passiert und wisst nicht, wo ihr hin müsst. Macht schlechte Gangs oder Counter-Jungle vielleicht nicht. Guckt auf die Map. Die Map ist euer bester Freund. So, Leute, das war es mal wieder mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt so ein bisschen was aus dem Video mitnehmen können. Ich hoffe, ihr seid jetzt ein bisschen besser gerüstet für den Jungle in the League und auch ein bisschen besser gerüstet für die Leute in the League. Ich glaube, das ist viel wichtiger, als für den Jungle in the League gerüstet zu sein. Oh, damn. Aber ja, ich hoffe, das Video hat euch einfach gefallen. Wenn ja, lasst doch gerne einen Kommentar oder ein Abo oder ein Like da. Freut mich auf jeden Fall und hilft uns auch, mit dem Channel ein bisschen größer zu werden, öfter solche Videos zu machen. Und ja, ansonsten wünsche ich euch viel Spaß in der Solo-Cue und viel Erfolg beim Dschungeln und viel Effizienz. Bis dann! Bis dann! Bis zum nächsten Mal.